This could be us, so back to what I was saying This could be us Ja, herzlich willkommen Leute zu einem neuen Turniervideo Die Woche ist neu Begonnen mit dem 3 Sterne Turnier Rush Attack Kein Gelb Was bedeutet, wie ich in meinem Setup Video schon gesagt habe Wir werden viele Trivids treffen Das steht fest Ja, mein erster Gegner Ich spiele 2-2-1 Eigentlich hätte ich am liebsten das ganze Team voll gemacht Mit grün, ganz ehrlich Aber das geht ja auch nicht Denn dann wäre es Mono Okay, gut Grün bekommen wir schon mal nicht zusammen Lila haben wir ein Match Blau Kriegen wir wohl auch zwei Matches zusammen Das ist aber nicht viel Das ist nicht viel, was ich hier machen kann Ich würde sagen Wir fangen erstmal mit dem blauen Match an So, das bedeutet ein grünes Match Wir haben ein zweites blaues Match Das zweite blaue Match können wir auch spielen So Jetzt haben wir nämlich den Salat Denn wir haben auch einige rote Steine Was tatsächlich zum Problem werden könnte Wegen Sudri Alter, das ist nicht gut Drei Farben und ich kriege nichts zusammen Ich könnte Gelb spielen in Sudri rein, ja Aber das würde mir nicht helfen Denn ich bräuchte jetzt ein blaues Match Und das bekomme ich nicht mehr zusammen Außer Gelb kann ich auch nichts spielen Ich würde mir damit sogar mein Lila Match kaputt machen Aber ich müsste Gelb spielen Warte mal, ich muss mal kurz überlegen Wenn ich Lila spiele, geht Blau nach oben Der Gelbe Stein kommt ein höher Damit werden wir nicht geholfen Boah ey, du Scheiße Okay Nein Junge Nein, Alter Naja, immerhin Den Schlag können wir akzeptieren Den Schlag ins Gesicht Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung Äh, ja Ich muss mein blaues Match zusammen bekommen So, wenn ich jetzt Gelb spiele Beseite ich mir halt mein zweites Lila Match vor Und gleichzeitig beseite ich mir auch Blau vor Okay Sehr gut So, wir werden jetzt dann Blau spielen Zwei Alter, alle Okay Auto-Attacks Das bedeutet Mein Subbär wird sterben wahrscheinlich Na, na, na Okay, nice Sehr nice Gut, das machen wir so Dann haben wir Dawn Jetzt kriegen wir hier ein bisschen Kontrolle rein Dann spielen wir Grün Dann haben wir Zarell am Start Die rennen mit einem Attackdown rum So, und jetzt kann ich anfangen Hier Lila zu spielen Mal gucken, wer überhaupt von denen auslöst Okay, niemand Nice Ähm, dann bereiten wir uns wieder Blau vor Spielen aber Lila Okay, perfekt Das bedeutet Sudri sollte hier down sein Definitiv Definitiv down Okay, sehr schön Okay Wir haben immer noch drei Eulen Also ich müsste schon sehr viel Pech haben Wenn jetzt Trivial nicht getroffen wird Ja, okay So, jetzt bin ich dran mit meinem Trivial Dann kann ich Grün rein spielen Schade um den rechten Stein Ja, schade um den rechten Stein Ich könnte natürlich auch Björnibaby ausknocken Äh, nee Trivial ist oft alle So, jetzt bin ich eh wieder geschützt Jetzt kann ich Grün spielen Oh Junge, ey Die Verteidigung war nicht hart Aber der Modus macht es sehr schwer Okay Ich kann heilen Ich habe das hier weiter unter Kontrolle Sehr schön Wir haben uns durchgekämpft Schon mal ein harter Start So Eigentlich wollte ich nicht 3-2 spielen Aber Ähm Das ist mir hier zu heiß Das ist mir einfach zu heiß Okay Ich muss Grün zusammenbekommen Ich habe nur ein Match Also fange ich mit Lila an Dann kann ich Grün-Blau spielen Das mache ich auch So Dann spiele ich Grün Stop Danke Okay Jetzt kann ich wieder Grün spielen Eigentlich wollte ich auch General Yin Mitnehmen Aber Keine Chance Das hier sind so Harte Ähm Multi-Hitter Ja Das ist einfach zu viel Aoi Schaden Ey Ohne Spaß Das kannst du vergessen Kannst du komplett vergessen Okay Dann machen wir das so Dann in die linke Seite rein spielen Ja Das Fast noch nicht auslöst So können wir wenigstens Eins schon mal ausknocken Okay Sehr schön Jetzt warten wir mit Joka Heinen Erstmal würde ich sagen Ähm Fast löst eh aus Also können wir da auch eigentlich rein spielen Wir müssen gucken Dass wir Blau oder Grün Wieder zusammen bekommen So die lösen alle aus Jo 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 Alles klar Das kann ich jetzt alles dispellen Zack So dann brauchen wir hier eine Combo Erstmal Da ist Grün Okay Sehr gut Grün Durch den Debuff War ich jetzt nicht voll Na Ist ja selbsterklärend Ich würde sogar sagen Also ich spiele hier nochmal Im Fast Ach schon wieder nicht Alter Komm schon Junge Lass mich hier jetzt nicht hängen Da ist mein Grün Leider Ein Tacken zu spät Gut Warte mal Wir haben jetzt Dawn Wir müssen nur Wackers treffen Dann ist ja alles Soweit in Ordnung Okay Haben wir auch Perfekt Okay Also Den Attackdown Kann nur Fast bekommen Das ist ein Problem Also muss ich erst Blau sammeln Gut Dann sammeln wir Blau Für Joka Heinen Dann warten wir mal eben An den Augenblick Mit Zarell Alles klar Wir spielen Grün Das ist ja auch wieder Scheiße Kein Blau Jetzt habe ich Blau wenigstens zusammen Okay Okay So Jetzt aber Jetzt ist meine Zeit gekommen hier Attackdown Dawn So Jetzt haben wir einmal Blau Das spiele ich erst Bevor ich Grün spiele Na So Zarell Da weiter rein So Jetzt kann ich Blau Halt wieder spielen Ah Ja Dann spielen wir halt Blau Wir ghosten Blau erstmal Wir ghosten weiter Irgendwann wird eine Eule nicht mehr treffen Ja da haben wir es nämlich Okay Dann Joka Heinen Dann spielen wir in Trivial rein Wir brauchen hier Grün Wir haben eine grüne Drachenbombe Aber wir haben auch genug Eulen Um das hier unter Kontrolle zu halten Sport ist an Lassen wir Lila verschwinden Sehr schöne Kombo Sehr schön Jetzt kann alles rein da Alles rein Okay Gut Dann holen wir uns noch eine Eule So Trivial ist weg Perfekt Joka Heinen Sparen wir uns weiter auf Grün können wir spielen Ohne Probleme So Perfekt Und jetzt können wir Joka Heinen auch benutzen Jetzt ist egal Jetzt ist egal Blau Können wir spielen Sehr gut Grün ist nachgekommen Das ist noch schöner Best 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 So Jetzt habe ich meinen General aber dabei Also wir haben ein rotes Match Direkt Und fast Lieber wäre mir ein Döll gönnen Deswegen spiele ich auch erstmal gelb Und gucke was da jetzt nachkommt Okay Das ist gut So dann können wir rot spielen Ohne Probleme Wir können wieder rot spielen Auch ohne Probleme Okay Wir haben rot nachbekommen Was bedeutet Jetzt bekommen die richtig kranken Schaden Natürlich könnte ich jetzt auch nur in Trivial rein spielen Drei Steine direkter sein Aber ich glaube ich profitiere mehr davon Wenn ich das so mache Gut Fass hat jetzt ausgelöst Mein General ist nicht ready Den werde ich auch nicht mehr ready bekommen glaube ich Ich meine Einzug habe ich noch Außer da passiert jetzt irgendeine Scheiße Reicht nicht Ich würde sagen wir Drehen hier jetzt mal richtig durch mit Schaden Dann wird auch viel absorbiert jetzt Aber so lange kann ich jetzt nicht mehr warten Ich habe ja auch nicht mal ein gesündes Match Wenn ich wenigstens ein gesündes Match hätte Dann würde ich das ja auch machen Oder ich spiele jetzt nochmal gelb Und da könnte grün hinterher kommen Oder nochmal rot Halt Ne Das ist Ja das ist scheiße Alter Ich krieg den Deathdown und den Dingsens nicht da drauf Das ist nur Schaden Ne Ne kann ich nicht machen Macht keinen Sinn Ja jetzt wäre vielleicht Dolgen Down gewesen Das ist die Sache Scheiße Das wird nichts mehr Zwei Züge Nein Zarell wird auslösen Und dann ist mein Team hin Ich kriege bis dahin nicht mehr Grün zusammen Zwei Züge habe ich nicht mehr Zeit Okay Gut Ich habe es versucht So Da seht ihr es Kein Schaden mehr Das war es Das war es Zwei wird hier alles jetzt zerlegen Das war schlecht gemacht von mir Das war sich schlecht gemacht Ich weiß nicht woran das jetzt gescheitert ist Das habe ich schlecht gemacht Das Board war da Das Board war auf jeden Fall da So weiter geht's Leute Ich habe mir das Im Replay angeschaut Das war ein verdienter Lose Absolut verdient Das war einfach nur Misplayed Denn Hätte ich das so wie ich gesagt habe Nur das Match in Trivial Reingespielt Wären meine drei voll gewesen Fass hätte nicht ausgelöst Und ich hätte die Geweibt Dadurch hat Fass ausgelöst Alles klar Die hatten Verteidigung ab Die waren immun gegen Irgendwelche Debuffs Oder gegen alle Debuffs Ne Und da Habe ich angefangen Das Spiel zu verlieren Vor allem weil ich dann auch Kein Grün hatte Ich hätte es ja auch Displayen können Aber ich habe es nicht In der Zeit geschafft Und das war ein klarer Misplay Also verdient verloren Das passiert mir auch nur einmal Gut Ähm Ja Spielen wir blau Dann habe ich Dawn Wenigstens ready Ich habe hier sehr viel blau Sehr sehr viel blau Ein bisschen Grün wäre Ganz toll Oh Alter Und das Kommt auch noch sehr viel blau nach Mann Ulmer war doch schon fast down Mal ganz im Ernst Okay Also wir werden auf jeden Fall Grün spielen So ist der Stein hier nicht tot Und Ulmer ist down Okay Das ist in Ordnung So Dann Gucken wir mal was wir hier An Schaden machen können Zarell Ich kann Grün ghosten Ich könnte auch blau spielen Aber So ist Soroka Down Weg mit blau Ich hätte auch nur Einen Match machen können Dawn wäre sowieso voll gewesen Aber Spielt gar keine Rolle mehr So Okay Und das war es dann auch Yep Ja Das war es Also Achso Ja Da hätte ich mir so in den Arsch beißen können Ne Weil Das war bitter schlecht Das eine Match Auf alle Fälle Aber gut Es ist jetzt so wie es ist Verteidigung Bis jetzt Ah Okay Sehr schön Ähm Ja Mal gucken was die Woche so bringt Ist halt Rush Wir werden sehen Ähm Ja Danke fürs Zuschauen Und bis zum nächsten Video So Team bleibt so Ja Das hier habe ich auch nicht ganz verstanden Ne Grille hätte ich Ganz nach rechts gestellt Aber Ist egal Für mich ist es ja besser Ähm Ja Das sieht nicht so geil aus Also grüne Steine sind zwar da Aber nicht da wo sie sein sollten Oder müssten Das ist jetzt mein Problem Okay Ich halte ein Match Links Links Wenn ich dann so spiele Kommt der Stein hoch Okay So habe ich meinen Bär Mein Subbär habe ich dann gleich Ready Wenn hier jetzt nicht Richtig Ey hör mal auf Wenn ihr nicht Richtiger Mist passiert So Jetzt habe ich meinen Match Nimm ich zusammen Okay Der löst zwar aus Aber das nehme ich in Kauf Das wird nicht viel Schaden Okay Oder auch nicht Er löst nicht aus Alles klar Er hätte auf jeden Fall Nicht viel Schaden gemacht Weil hier Nix passiert ist Bis jetzt Okay Dann können wir blau spielen Wir können wieder blau spielen Wir sind ja eh geschützt So Nice Triebel ist weg Okay Wir haben mehr als genug Heilung Ah Sonst hätte ich vielleicht Auch spielen können Nee Komm Den sparen wir uns auf Den sparen wir uns auf So Gucken wir mal Ob Wackers hier trifft Oder nicht Wenn Dann sollen die jetzt auslösen Okay Dann lassen wir den Anderen Vogel Hier auch auslösen So Okay Minions Und dann der Blaue Crystall Okay Perfekt Dann holen wir nochmal die Eulen raus Wir können Grün ghosten Und dann War es das auch schon eigentlich So Sehr schön Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.